Die Rügen lauter. Es waren nicht mal 8.000, es waren 6.000. Die 6.000 sind drügend, die waren doppelt so laut. Das heißt, wenn 6.000 Leute doppelt so laut sind, dann sind 18.000 Leute wieviel leiser? Aber wer hat hier mal den Leistungskurs gehabt? Spielen wir jetzt schon 2.000 Mädchen? Das ist ne neue Anfrage, oder? Okay, ihr kriegt noch ne Chance, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Also, ich spiel vier Töne und ihr reagiert ganz spontan und wer nicht? Ja! Was denn? Hätten wir mal die Anweisung nix machen. Ähm, hört nicht auf sie! Es wurde die Crew, unterbezahlt und schlecht verpflegt. Die sind böse, die sind ganz, ganz, ganz böse. Die mögen uns nicht, aber letzten Endes verberben sie euch den Spaß. Weil wollt ihr jetzt den Rest des Abends die vier Töne hören und uns hören, und danach auch ich so ein bisschen lauter an. Der bringt's nicht, der bringt's nicht. Lui, wollen wir mal sehen, wer einen längeren Atem hat hier, ja? Diese gewissen große Teile unserer Crew kommen aus Ostwestfalen. Und der Ostwestfale an sich ist so ein bresiger Kollege, ja? Für den ist Ruhe das Allerschönste. Wollt ihr den mit gönnen? Nein! Darf ich mal hier an eurem niedrigsten Instinkte appellieren? Die wollen da oben einfach nur ein hohes Pfeifchen rauchen und um die Füße hochlegen. Nicht mit euch, oder? Gib mal jetzt mal da oben. Absolut. Max! Fühl. Fühl. Gven feeligt werden. Untertitelung des ZDF, 2020